Hey ho zusammen und willkommen zu einer kleinen Freitagabendmeldung, so für zwischendurch, bevor ich mich dann später an den Themenzettel setze. Ich habe gerade einen Artikel gelesen, da dachte ich mir, hey, da können wir jetzt eigentlich sofort mal drüber reden, denn offenbar ist der Winterschlussverkauf in vollem Gange. Oder ist es schon der Sommerfrühverkauf? Ich weiß nicht, wie man das korrekterweise bezeichnet. Interessanter ist aber auch, nicht etwa wie der Name des Schlussverkaufereignisses ist, sondern was es zu kaufen gibt oder was es zu erwerben gibt. Erwerben ist doch das treffende Wort, nämlich einen absurdistanischen Pass. Richtig gehört, der absurdistanische Pass ist nun offensichtlich am Rampstisch angekommen. Die Hampe möchte noch im Sommer beschließen, dass man den künftig deutlich einfacher erhalten soll. Nicht nur den Pass, sondern gleich die Staatsbürgerschaft hinten mit dran, inklusive sämtlicher Rechte auf irgendwelche Sozialleistungen und natürlich auch Wahlrecht. Das ist für die eine oder andere Partei nicht ganz unwichtig. Den laufen nämlich massiv die Leute weg wegen der eigenen Politik wohlgemerkt. Lange Rede, kurzer Sinn, die Hampel möchte es noch einfacher machen, eine absurdistanische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Bisher ist das so, dass man sich acht Jahre lang in dem Land aufhalten muss. Man muss gewisse Nachweise erbringen, man muss auch ein bisschen neuer aus eigener Kraft überleben können, könnte man meinen. Und das wäre ja so böse und gemein und viel zu kompliziert. Denn Leute, die schon lange hier leben, die sollen das doch viel einfacher und schneller machen dürfen. Und folgendermaßen soll es aussehen. Es ist angedacht, dass man künftig bereits regulär die deutsche Staatsbürgerschaft nach fünf Jahren erhalten kann. In einigen Ausnahmefällen, wenn man sich besonders hervorgetan hat, wie auch immer das aussehen mag, sogar nach drei Jahren. Drei Jahre, das ist das, was manche so als Auslands-Wirk-and-Travel-Ding machen. Das ist jetzt, naja, das ist lächerlich so gesehen. Naja, müssen wir glaube ich nicht drüber reden. Nach drei Jahren soll man bereits die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten können. Unabhängig davon, wie viele man sonst noch hat, man soll die andere oder anderen künftig auch nicht mehr aufgeben müssen. Doppelpass-Ahoi kann man da nur sagen. Es ist dann also völlig okay, hierzulande für Papayadouan zu stimmen. Gleichzeitig aber auch bei den Grünlingen einen Kobold zu wählen. Jetzt ganz überspitzt ausgedrückt. Also eigentlich so buntes Zusammengewürfelt kann man dann in jedem Lande Pass haben und dann überall ein bisschen mitwählen, wenn die anderen Länder das mitmachen. Absurdistan hat da offenbar nichts dagegen. Was die Sprachkenntnisse angeht, ist es ja bisher auch noch so böse und gemein, dass man tatsächlich die Landessprache beherrschen soll. So soll auch das aufgeweicht werden. Denn na klar, man muss ja Nachweise erbringen. Aber ab 67 Jahren reicht es, wenn man sich mündlich verständigen kann. Schreiben ist da dann offenbar nicht mehr erforderlich. Ja, jetzt erschließt sich mir nicht so richtig, warum man mit 67 nicht mehr lesen und schreiben können sollen muss. Also ist doch auch im höheren Alter nicht ganz unwichtig. Da vielleicht auch mal einen Text auf Deutsch verfassen zu können. Vielleicht mal einen Brief zu beantworten oder wie auch immer. Das soll aber ebenfalls wegrationalisiert werden. Es reicht, wenn die über 67-Jährigen sich mündlich verständigen können. Man will als Kriterium zwar mit aufnehmen, ich glaube aber auch noch nicht so richtig dran, dass es auch kommt, dass nur all jene eingebürgert werden, die wirtschaftlich auf eigenen Beinen stehen, aber das als Ausnahmen geben. Ja, wen wundert das nun? Grundsätzlich soll man ja seinen Lebensurteil selbst bestreiten können. Wer irgendwie Hilfsgelder erhält, Sozialleistungen bezieht, der soll das wohl nicht einfach so machen dürfen. Aber wenn die Person ein Gastarbeiter ist, der unverschuldet seinen Job verloren hat, dann geht das auch wieder klar. Oder aber wenn es sich um Eltern eines minderjährigen Kindes handelt, von denen einer einen Job hat, dann soll der andere auch eingebürgert werden. Ja, auch hier hat so wirklich Sinn, der gibt es nicht. Und wäre mir auch neu, dass andere Länder das so auf Deutsch gesagt laschhandhaben, denn das ist doch wirklich wie an der Würfelbute mittlerweile. Man geht hin, wille Pass habe, würfelst du, wenn die Zahlen stimmen, kriegst du Pass. Jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Dass es natürlich sinnvoll ist, Richtlinien zugrunde zu legen, die auch irgendwo einen realistischen Hintergrund haben. Dass es eben notwendig ist, dass man gerade auch hochqualifizierte Arbeitskräfte aus anderen Ländern ein bisschen, dass man es denen ein bisschen leichter macht, hier einen Job antreten zu können. Ja klar, da muss man nicht drüber reden. Es gibt viele Branchen, die buhren um jeden, um jeden, um jeden Mitarbeiter. Und da ist es dann mitunter auch hilfreich, wenn der IT-Spezialist aus Indien bei ihnen arbeiten kann. Es ist ja schnurz, wo die Leute herkommen. Aber warum zur Hölle ist jetzt Nancy Line, nicht nur Nancy Line, viele andere aus der Ampel auch, warum zur Hölle sind die jetzt der Meinung, dass man eine Staatsbürgerschaft verramschen muss? Ach, es soll auch noch ausgeschlossen werden, wer Straftaten begangen hat gegen die Menschlichkeit. Und böse rassistische und antisemitische Straftaten gehen auch nicht klar. Ja, jetzt hat man hier wieder so ein Gummi, so eine Gummiformulierung, denn was ist denn bitte deren Meinung nach gegen die Menschlichkeit? Also ich kann da jetzt ein paar Sachen aufzählen, die nach meiner subjektiven Ansicht darunter fallen, aber ich bezweifle irgendwie, dass die Nancy das genauso sieht. Das klingt schon wieder so, ja, wenn ich es brauche, dann nehme ich es und wenn nicht, dann kann man sich da visual irgendwie rumwinden. Also so ein Wischi-Waschi-Ding kann alles oder gar nichts bedeuten. Und was mit Wischi-Waschi-Paragrafen in der Regel geschieht in dem Land, das haben wir in den vergangenen Jahren mitbekommen, nicht wahr? Die wurden nämlich immer dann herangezogen, wenn es der Ampel gerade irgendwo genehm war. Wenn es zulasten der Ampel gegangen wäre, dann hat das plötzlich nicht gegriffen. Und ganz ähnlich wird es in dem Fall wohl auch aussehen. Das Bekenntnis, dass Straftäter ja nicht eingebürgert werden sollen, das ist zwar schön und gut, aber ganz ehrlich, wie wird das wohl in der Realität aussehen? Muss ich euch, glaube ich, nicht sagen. Und allein schon die Verkürzung von dem Zeitraum. Was zur Hölle spricht denn dagegen? Erstmal acht Jahre in dem Land zu leben, bevor man dessen Staatsbürgerschaft erhält. Also drei Jahre, ja mein Gott, wie gesagt, das ist ein etwas längeres Wirk-and-Travel. Das machen einige als Gap-Year, weil sie da zwischendurch irgendwo eine Weiterbildung machen, sonst was, wo sie einfach mal ein paar Jahre, vielleicht auch einfach nur beruflich ein paar Jahre in einem anderen Land sich aufhalten. Warum zur Hölle sollten sie dann die Staatsbürgerschaft dieses Landes bekommen? Das funktioniert in anderen Ländern für gewöhnlich nicht so. Also da könnt ihr teilweise 20 Jahre dort leben und arbeiten, da kriegt ihr immer noch keine Staatsbürgerschaft. Weil die es eben dann ein kleines bisschen strenger kontrollieren, wem sie den Pass geben und wen eben nicht. Aber hier in Absurdistan sollen dann künftig drei Jahre ausreichen. Wenn man also ein bisschen reden kann und sich gut integriert hat, dann spricht ja nichts dagegen, dass man auch Staatsbürger ist. Das ist jetzt eine böse, böse, böse Verschwörungstheorie. Aber es würde mich nicht wundern, wenn dann kurz vor den, jetzt vielleicht nicht die nächsten, aber möglicherweise in den übernächsten Bundestagswahlen, Hunderttausende neue Pässe ausgestellt werden, Staatsbürgerschaften wohlgemerkt, weil sich ja Leute seit drei Jahren im Land aufgehalten haben. Und die haben ja so tolle Integrationsnachweise erbracht. Und just vor der Wahl könnte man ja da vielleicht ein paar Hunderttausende, hm? Ja, werden wir sehen, ob es dazu kommt oder nicht. Aber vorstellen kann ich es mir, denn das ist wirklich irre. Wer in einem Land leben möchte und das Interesse hat, dessen Staatsbürgerschaft zu erwerben, ja, der hält sich da in der Regel länger auf als drei oder fünf Jahre. Aber da wären acht Jahre völlig okay. Auch zehn Jahre wären da überhaupt kein Problem. Es reicht auch, nach zehn Jahren oder nach 15 Jahren die Staatsbürgerschaft zu vergeben. Denn dass man mal drei Jahre oder fünf Jahre im anderen Land lebt, das ist absolut nichts Ungewöhnliches. Zumindest nicht mehr im Jahr 2023. Aber da sieht man mal wieder, wo die Prioritäten der Hampel liegen. Es geht ja angeblich um den Fachkräftemangel. Es tut mir leid, lieber Hampel, mit dem Fachkräftemangel hat das gar nichts zu tun. Denn da wäre es tatsächlich sinnvoller, nicht das Einbürgerungsgesetz zu überarbeiten, sondern dafür zu sorgen, dass auch qualifizierte Leute aus Drittstaaten, nicht EU-Staaten, arbeitsielle Genehmigungen bekommen. Dass deren Abschlüsse, so sie denn vergleichbar sind, anerkannt werden und dass sie dann hierzulande auch in dem Bereich, in dem sie ihre Erfahrungen bisher gesammelt haben, weiter tätig sein können. Aber es tut mir sehr leid, dafür müssen sie keine Staatsbürger sein. Das ist Quatsch. Ja, versucht das mal der Hampel zu erklären, nachzulesen in der Berliner Zeitung, wie gerade gesagt. Aber es passt einmal mehr ins Bild. Ah, sie haben sich ein bisschen verquatscht. Sie wollen ja, dass diese Leute sich auch demokratisch beteiligen können. Ja, natürlich, die wollen sich neue Wähler importieren. Weil die alten Wähler, die haben sie ja verkratzt. Die ehemalige Stammwählerschaft, die ist ja weg bei der SPD. Die Grünlinge verscherzen sich's auch gerade mit ihren Ideologen, die noch nicht ganz verstrahlt sind. Da ist nicht mehr viel übrig. Über die FDP müssen wir gar nicht reden. Wenn der Hals Lindner hat da auch den letzten überzeugten Liberalen mittlerweile vergraut. Da ist nicht mehr viel übrig an Wählerkapital. Vielleicht denkt man ja, das kann man beheben, indem man einfach vor der Wahl ein paar Pässe verschenkt. So eine Legislaturperiode, wisst ihr, wie lange die geht. Wenn man nach drei Jahren bereits mit einem Wischiwaschi nachweist, der so gummiartig ist, dass man da ziehen kann, bis man in Timbuktu steht. Wenn man dann bereits einen Pass erhalten kann, ja, ein Schelm, ein Schelm der Böses dabei denkt. Ich trau's der Hand dazu. Ich weiß nicht, wie's euch geht.